... Trainerin, Guni, Fu und Heinz Rebender, der Hochwitzemannschaftführer. Und natürlich jetzt die ganze Mannschaft, ich sag's einfach mal der Weile nach runter. Herzlichen Glückwunsch, Kevin Kaupmann, Arne Diemann, Florian Mende, Lukas Gathaus, Armin Klein, Robi Giert, Nils Müller, Kampschock, Zahinkoff, Benedikt Gatti, Lukas Bred, Toma, Kaki Verdi, Patrick Wiesemann, Daniel Janetzki, Maxim Bus, Fester, Kainak, Ole Kretz, Yannick Thierreuer, Kassian Wolke, an den Aßen, in Japan. Ja, herzlichen Glückwunsch hier zu unseren Fans, Vorderfans, wird hier jetzt noch ein wenig gefeiert. Ich denke, den ganzen Tag noch, ich möchte Sie, meine Damen und Herren, um alle bitten, einen herzlichen Applaus an die B1, die nächstes Jahr in der zweithöchsten Klassisch-Fürden-Wir. Ich denke, den ganzen Tag noch, ich möchte Sie, meine Damen und Herren, und es wird hier wollen! . Untertitelung des ZDF für funk, 2017